Die AERA-Wärmepumpen wurden entwickelt, um dein Haus zu heizen und dabei gleichzeitig deine Heizkosten und CO2-Emissionen zu reduzieren. Sie sind bis zu viermal effizienter als herkömmliche Heizungen. Mit einer Kilowattstunde Energie erzeugt eine AERA-Wärmepumpe vier Kilowattstunden Wärme, während Öl- oder Gasheizungen nur bis zu 0,9 Kilowattstunden Wärme produzieren. Wenn du deine alte Heizung gegen eine AERA-Wärmepumpe eintauschst, kannst du gleichzeitig Heizkosten einsparen und die CO2-Emissionen deines Haushalts um 75 Prozent reduzieren. AERA hat sich mit Octopus Energy, einem der innovativsten Ökostromanbieter, zusammengetan, um 200-prozentige Ökostromtarife anzubieten, die noch mehr Einsparungen ermöglichen und deinen ökologischen Fußabdruck verringern. AERA Zero ermöglicht es, den Stromverbrauch deiner Wärmepumpe zu optimieren, um deine Einsparungen zu maximieren. Wie funktioniert der Tarif? AERA Zero ist ein variabler Dreiratentarif mit einem Standardstrompreis, der für den größten Teil des Tages gilt, einem Spitzenstrompreis und einem Niedrigstrompreis, der zu zwei Tageszeiten gilt. Damit kannst du acht Stunden am Tag von einem günstigeren Strompreis profitieren. Indem das System während der günstigeren Zeiten stärker arbeitet, um mehr Wärme zu erzeugen und während der Spitzenzeiten, in denen der Strom teurer ist, weniger Energie verbraucht, kannst du bis zu 21 Prozent deiner Energiekosten einsparen. Ein durchschnittlicher Haushalt kann so jährlich bis zu 920 Euro sparen. Und da es sich um hundertprozentigen Ökostrom handelt, reduzierst du mit AERA Zero auch die CO2-Emissionen deiner Heizung auf Null. Für Haushalte mit Solaranlagen bietet der AERA Solarexporttarif außerdem eine einfache und effiziente Möglichkeit, überschüssigen Solarstrom ans Netz zu verkaufen. Der Tarif passt sich stündlich an den Großhandelsmarkt an und ermöglicht es dir, zu Spitzenstrompreiszeiten zusätzlich Geld zu verdienen durch die Kombination einer AERA Wärmepumpe, die mit AERA Zero, einer Solaranlage und einem AERA Solarexporttarif betrieben wird, kannst du bis zu 27 Prozent deiner Energiekosten einsparen. Für einen durchschnittlichen Haushalt sind das bis zu 2265 Euro pro Jahr. Tschüss Öl und Gas! Es ist Zeit für einen sauberen Umstieg auf eine AERA Wärmepumpe und die Clean Energy Tarife.